Musik Oh, hey, da bist du ja schon. Du hast mich angerufen. Okay, du hast so ein komisches Druckgefühl im Gesicht. Verstehe. Ich werde mir nur schnell meine Handschuhe ansehen und dann, ja, werde mir einfach ein bisschen dein Gesicht untersuchen. Okay. So weit geht's dir aber gut. Wir werden schon rausfinden, was da los ist. Gut, kannst du mir genau beschreiben, wo sich dieses Druckgefühl oder diese Empfindlichkeit befindet? Okay. Ja, schließt sich also fast über dein ganzes Gesicht. Ich würde einfach vorschlagen, dass ich jetzt einfach mal bei deiner Stirn beginne und du kannst mir hier sagen, wo dieses Gefühl am meisten unangenehm ist. Okay. 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 Also ich beginne bei deiner Stirn und drücke. Ja. 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 stehe. Okay. Ich drücke da jetzt ein bisschen fest. Okay. Okay. An die andere Seite. Okay. Gut. Wie ist das so, wenn ich mit den Fingern darüber tippe? Okay. Okay. Also, es ist nicht so schmerzhaft, aber komisch. Gut. Warte. Schließ doch einfach einmal bitte kurz deine Augen. Kann ich dir mal da auch immer tippen. Okay. Eine Seite. Gut. Und die andere Seite. Gut. Okay. Da ist das Druckgefühl nicht so ausgeprägt. Okay. Ja. Also, ich finde, dass das schon mal gut ist. Es strahlt nicht von deinen Augen aus. Okay. Verstehe. Okay. Dann ziehe ich mir mal deine Nase etwas genauer an. Okay. Okay. Empfindlich. Wie? Wie? Wie ist das so, wenn man dann da rauf tippt? Okay. Gut. So, eigentlich sehe ich da nicht wirklich etwas Auffälliges. Machen wir mal hier weiter. Okay. Gut. Ist das unangenehm oder löst das Schmerz noch? Nicht? Die andere Seite. Okay. Ich weiß nicht. Da erkennt man eigentlich auch nichts. Ja. Okay. Wie sieht das beim Kinn aus? Okay. Verstehe. da ich das Druckgefühl war. Ich werde mir mal deine Lymphknoten ein bisschen genauer ansehen und sie vertassen und erfüllen. Okay. Okay. wird sie das irgendwie unangenehm an? ich weiß nicht, ich glaube diese eine Seite hier ist ein bisschen ungeschwollt aber jetzt auch nicht in der Form, dass ich sagen würde, dass es irgendwie besorgniserregend ist weißt du was, schließ einfach mal ganz kurz deine Augen und atme einmal ganz tief durch kannst du den Schmerz irgendwo besonders lokalisieren? also es befindet sich fast ausschließlich hier auf der Stirn und der Schläfer okay, ich denke nämlich, dass es eigentlich ein bisschen von deinen Kopfschmerzen abhängt, die du ab und zu hast und das kann dann auf das ganze Gesicht ausstrahlen ja, sehr unangenehm, das kann ich wirklich verstehen aber wenn du einfach immer wieder kurz die Augen schließt, dann kann sich der Schmerz einfach nicht ausbreiten und ja, vielleicht wird es dann besser okay also ich würde wirklich sagen, ja, wenn es besser ist, dann kommst du nochmal, dann sehen wir weiter ja, dann können wir was mit verschiedenen Ölen ausprobieren okay und jetzt, glaube ich, ist es am besten, wenn du nach Hause gehst, dich hinlegst und genügend Schlaf bekommst okay dann bis bald 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 Vielen Dank.